Künstliche Intelligenz hört man immer häufiger und ich meine damit nicht die bösen Roboter, die die Welt erobern, sondern ich rede über Chat-GPT. In diesem Kontext hört man nämlich immer häufiger das Wort künstliche Intelligenz und vor allem möchte ich einfach mal darüber sprechen, was ist das überhaupt und was bedeutet das für mich als UX-Designer, für meine eigene Arbeit, wie kann ich es für mich nutzen, habe ich wirklich eine Gefahr, dass mein Job ersetzt wird. Ich will einfach mal so ein bisschen meine Meinung und meine Erfahrung teilen. Ich glaube, es gibt schon ganz schön viel Inhalt und Content zu Chat-GPT, das ist quasi wie so ein Gewitter durch die Social-Media-Landschaft gezogen, alle reden darüber und deswegen habe ich die Frage gestellt, soll ich dazu lieber ein Video machen oder ein Livestream und es war ein ganz eindeutiges Ergebnis, dass ich hierzu ein Video machen soll, deswegen sitzen wir hier. Falls du so eine Abstimmung nicht verpassen willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal, dann siehst du auch die nächste Abstimmung. Aber starten wir direkt rein mit der Frage, was ist es überhaupt? Die kurze Antwort, es ist ein Chatbot. Das heißt, ich habe einen Chat, ich kann in dem Chat Fragen stellen oder Aufgaben und der Bot gibt mir Antworten. Das Ganze basiert auf einer künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz bedeutet in diesem Fall, dass der Computer nicht wirklich intelligent in dem Sinne von, wie ein Mensch ist, sondern er hat ganz viele Informationen gelernt und auf Basis dieser Informationen gibt der Computer einem Antworten, die nicht einfach nur unbedingt das Kopierte von einer anderen Stelle sind, wie bei einer Suchmaschine. Bei Google ist es ja so, ich suche nach Schlüsselwörtern und dann bekomme ich verschiedene Treffer, die zu diesen Schlüsselworten passen, sondern bei dieser künstlichen Intelligenz wird tatsächlich etwas Neues erschaffen. Also aus den Informationen, die bereits da sind, werden diese Puzzleteile zusammengesetzt und quasi ein neuer Inhalt geschaffen. Das Ganze wurde von OpenAI gebaut, steht aktuell kostenlos zur Verfügung, wenn man sich registriert. Man munkelt aber, dass es langfristig ein Abo-Modell ist. Das heißt, man muss dann monatlich zahlen, um den Service nutzen zu können. Warum ist das so erfolgreich und warum redet darüber? Einfach, weil es schon sehr gut ist. Es ist im Moment in der Preview, aber trotzdem sind die Ergebnisse richtig gut. Ich glaube, jeder erinnert sich an die Zahl zurück, als man noch irgendwie Amazon Alexa gefragt hat, wie es funktioniert das und das oder was bedeutet dies und jenes und man hat dann die Antwort bekommen. Da bin ich mir leider nicht sicher. Dann mal so, ja, danke fürs Gespräch. Brauche ich auch nicht mehr fragen. Deswegen sind Leute über die Zeit immer sehr skeptisch geworden, gerade was Chatbots angeht. Auch viele Webseiten setzen Chatbots ein, weil sie haben einfach den Vorteil, sie sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer erreichbar. Gerade was so Support-Sachen angeht, sind halt Chatbots einfach super, weil sie brauchen keine Pausen, sie sind eben einfach immer erreichbar, egal in welcher Zeitzone man ist und sie geben auch immer die gleichen Antworten, wenn sie denn die Antwort haben. Und da haben wir eben das Problem. Häufig sind die Daten nicht da, um halt eine gute Antwort geben zu können. Weil, ich hatte ja schon gesagt, basierend auf Daten, so ein Bot muss angelernt werden, muss mit ganz vielen Daten gefüttert werden, sodass der Bot quasi Muster erkennt in den Daten und dann kann der Bot quasi sagen, mit so und so hoher Wahrscheinlichkeit ist meine Antwort die richtige. Man kann diesen Wert einstellen, also wie sicher muss ich der Bot sein, um diese Antwort eingeben zu können und es ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn man so ein Bot anlernt, dass ein Mensch am Ende da sitzt und sagt, ja, diese Antwort ist richtig oder diese Antwort ist gut. Und das wird im Moment noch in der Preview-Phase gemacht. Es gibt quasi auch dieses Ja und Nein, ja, also das Daumen nach oben und vor allem, wenn du einen Daumen nach oben gibst, dann wirst du auch gefragt, wie wäre denn die optimale Antwort für dich gewesen? Und all diese Sachen trainieren den Bot weiter. Ich glaube, jetzt haben wir verstanden, wie der Bot an sich funktioniert. Also, es ist wirklich super praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, irgendeinen Text schreiben muss, ja, irgendwie zum Beispiel mein Interface irgendwelche Texte generieren muss für meinen Prototypen, kann ich einfach bei ChatGPT reinschreiben, schreibe mir eine Produktbeschreibung für eine Tasche mit der und der Größe und wie ist blau oder sowas und dann bekomme ich meine Antwort. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, kann ich diese auch immer wieder korrigieren lassen. Ich kann zum Beispiel sagen, schreibe es mehr neutral oder schreibe es aufregender, schreibe es so, dass es verkäuflicher wirkt. Und der Vorteil ist natürlich, ich meine, es ist ein Bot. Wenn man jetzt einen Texter an der Stelle hat oder einen UX-Writer, der sagt halt irgendwann, Intra, jetzt einige dich mal, ich will das nicht tausendmal umschreiben, du verschwendest hier meine Zeit, das sagt der Bot alles nicht. Der Bot ist es egal, der Bot hat ja keine Gefühle. Und deswegen kann man einfach das immer wieder machen und das Ganze eben auch immer weiter treiben. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man mit Bots arbeitet. Man kann einfach den Bot Aufgaben erledigen lassen, auf die man selber keinen Bock hat. Ja, oder die einem vielleicht auch schwerfallen oder die sehr zeitaufwendig sind. Da sind wir natürlich auch an dem Punkt, wo vielleicht ein paar Leute sagen, ja, aber im Moment ist das mein Job, was der Bot da macht. Es ist natürlich so, das Thema hat man generell immer bei dem Thema Digitalisierung. Bei jeder Automatisierung werden Aufgaben genommen, die Leute vielleicht heutzutage Tag für Tag tun. Aber der Vorteil ist ja, wenn man diese Aufgaben wegnimmt, die durch einen Computer erledigt werden können, hat man mehr Zeit, um etwas anderes zu tun, weil nämlich Bots und auch Computer können ganz viele Dinge nicht tun. Computer haben keine Gefühle, habe ich ja eben schon gesagt. Deswegen können sie auch gar nicht so empathisch sein. Sie können nicht so kreativ sein wie Menschen. Und deswegen können auch Innovationen nicht vom Computer getrieben werden, weil Computer können einem nur das wiedergeben, was es schon mal gab, was bereits von Menschen erstellt wurde. Und deswegen müssen wir natürlich eben auch die Computer wiederkehrende Aufgaben erledigen lassen, um uns selber den Raum für Kreativität geben zu können. Damit ich nicht mehr langwierige, zeitaufwendige Themen erledige, sondern eben diesen Raum habe, um andere Dinge zu tun. Side-Fact, so behaupten übrigens Leute, dass es die Emanzipation angetrieben hat, weil die Waschmaschine erfunden wurde, weil Frauen nicht mehr so lange Wäsche waschen mussten. Wir haben etwas optimiert und haben damit fast die Hälfte der Bevölkerung einfach zu arbeitsfähigen Menschen gemacht, weil sie nicht mehr Wäsche waschen mussten. Gleiches Prinzip. Aber das Thema um, ja mir wird vielleicht meine Arbeit weggenommen, also für UX-Designer sehe ich einfach diese Gefahr gar nicht, weil wir müssen mit Menschen arbeiten und muss diese empathische Fähigkeit haben, muss kommunizieren können. Diese Fähigkeit kann nicht von JetGPT übernommen werden. Und deswegen sehe ich da auch keine Konkurrenz, sondern sehe eher einen Mehrwert, dass man sich, ja, vielleicht nervigere Aufgaben übernehmen lassen kann oder eben zu teilen zumindest und daran andocken. Also, dass ich einfach sage, schreibe mir ein Testskript oder gebe mir zehn Argumente für UX, die ich meinen Stakeholdern präsentieren kann. Schau dir einfach mal an, was JetGPT ausspuckt und lass dich davon inspirieren. Ich sehe es einfach als neue Inspirationsquelle, als neues Tool, was ich für meine Arbeit zusätzlich einsetzen kann, um einfach meine Arbeit effizienter zu machen. Also, kein Konkurrenzdenken. Es gibt aber bei dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz und JetGPT ein großes Thema und das ist nämlich Quellen. Nämlich, ich weiß ja nicht, wo das herstammt, was ich da ausgespuckt bekomme. Ich hatte ja schon gesagt, es basiert alles auf Daten. Ich weiß aber nicht, auf welchen Daten. Ich kann also auch nicht überprüfen, ob das, was mir JetGPT da eigentlich gerade sagt, auch wirklich wahr ist. Bei Google haben wir das über die Jahre gelernt. Wir wissen inzwischen, welchen Webseiten können wir so ansatzweise vertrauen oder können wenigstens sagen, okay, wenn ich die eine Quelle sehe, dann prüfe ich es nochmal mit zwei anderen Quellen ab. Das macht JetGPT nicht für mich. Wenn ich also eine Information daher bekomme, sollte ich diese auf jeden Fall nochmal gegenprüfen und ich bekomme auch keine Quellenangabe. Also, ich weiß auch nicht, woher diese Quelle stammt. Und es ist natürlich ein Problem, wenn wir jetzt quasi diese Information aus dem Gesamtinternet bekommen, dann ist natürlich die Sache, wenn wir dann wieder neue Inhalte aus JetGPT irgendwo reinkopieren und die dann verbreiten und darauf JetGPT wieder basiert, dass wir dann irgendwann so einen gewissen Qualitätsverfall haben, weil wir immer wieder auf falschen Daten basieren. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man weiterhin einfach seine Hausaufgaben macht und seine Daten überprüft, wie auch die Arbeit eines normalen UX Designers. Do your research. Also, prüfe nach, wie ist es eigentlich, wie funktioniert es und nimm nicht einfach das für bare Münze, was dir da quasi erzählt wird. Also, zusammengefasst, mein Fazit. Tolle neue Inspirationsquelle, spannendes Tool, super cool auch für die Weiterentwicklung, wie reagieren Bots. Also, ich finde, da wurde schon wirklich gute Arbeit geleistet. Ich bin super gespannt, was Sachen Integration auch in Zukunft angehen. Aber es ist auf jeden Fall Vorsicht geboten mit den Informationen, die man daraus erhält. Man sollte sie auf jeden Fall nochmal gegenchecken, bevor man alles einfach so annimmt und für sich weiterverarbeitet. Ja, soviel zu JetGPT. Falls du mal mehr über die eigentliche Arbeit eines UX Designers lernen willst, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Und falls dieses Video für dich hilfreich war, dann hinterlass mir doch einen Daumen nach oben oder schreib mir auch mal in die Kommentare, wie du es fandest. und abonniere den Kanal, um auch weiterhin neue Abstimmungen zu neuen Kanalthemen zu bekommen. Und ja, ich würde sagen, sonst sehen wir uns beim nächsten Video.